Yo Leute was geht ab? Mucker hier am Start und wir sind in einer Runde Arc, aber diesmal ein ganz kleines kurzes Video und zwar möchte ich euch einen kleinen Buckel oder einen kleinen Fehler der Map Decenta zeigen. So wir haben erstmal hier diesen Center, dass das Bohnteil sehr oft nicht geladen wird, aber das ist gar nicht das was ich euch zeigen will, denn das was ich euch zeigen will ist etwas Besonderes und ich hoffe wir werden dabei nicht sterben, weil wir müssen da einmal durch. So ihr kennt die Zeit, es gab mal eine Zeit in Decenta, da wurden keine Mosers gespawnt, ja? Ich zeige euch jetzt mal, was sie, sie haben sich einen kleinen Fehler erlaubt. Ich hoffe wir werden das überleben Mates, ich hoffe wir werden das überleben. Wir gehen jetzt hier um die Ecke und guckt euch das an, guckt euch das an. Der Fehler, dass keine Mosers gespawnt werden. Seht ihr was hier passiert und ich muss hier einen Wasserdrop finden. Ich muss hier in diesem ganzen Haufen einen Wasserdrop finden und ich weiß nicht, ob ich dazu befähigt bin, denn holy shit, was geht hier bitte ab? Okay, es ist diese Ecke, diese Ecke ist komischerweise komplett, ich glaube der lädt die bei mir nicht mal. Ich glaube der lädt die bei mir nicht mal, zum Glück können die nicht allzu hoch schütteln. Mal guckt euch das mal an, wie lange es dauert, bis er die lädt. Mal guckt euch mal an, was hier, das ist brutal Mates, das ist brutal. Na ja, ein kleines what the fuck zwischendurch. Oh Gott, okay, hier liegt sogar mein PC und wenn mein PC leckt, dann holla die Waldfee. Was ist hier los? Also irgendwas haben die Entwickler hier verkackt. Guckt euch das mal an. Was ist das? Oh, was ist denn da unten? Hat da jemand gebaut? Flipped hat jemand gebaut? Oder? Nee. Ach, Quatsch. Kann nicht sein. Das muss von der Felswand so sein. Na ja, Mates. Kurz gezeigt. Das war's auch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.